Hallo und guten Abend hier im Ersten. Die Ziehung der Lottozahlen kommt heute um 22.45 Uhr. Aber jetzt gibt es schon die ersten Gewinnzahlen, über die Sie sich hoffentlich freuen können. Denn die Zahlen der Glücksspirale sind vor wenigen Minuten in München gezogen worden. 100.000 Euro gehen an diese Ziffern. 59 20 81 und 85 11 17. Die Sofortrente mit 7.500 Euro geht an diese beiden Losnummern. 6 4 8 9 112 und 95 8 7 7 6 8. Nach der Tagesschau erwartet Sie Frank Elsner mit Verstehen Sie Spaß. In der Baden Arena Offenburg feiert er heute seinen Abschied und übergibt an Guido Kanz, der ab 2010 durch die beliebte Samstagabendsendung führen wird. Also dann bis 22.45 Uhr zur Ziehung der Lottozahlen. husband sch pela Doesn sch gest